Hallo bei Phil's Philosophy. Mir geht es jetzt um die Frage, wie können wir philosophieren lernen? Ich präsentiere euch drei Antworten und ihr denkt weiter darüber nach. Antwort 1 kommt von Immanuel Kant. Er schreibt über seine Erstsemesterstudis. Der den Schulunterweisungen entlassene Jüngling, damals leider nur Männer, war gewohnt zu lernen. Nunmehr denkt er, er werde Philosophie lernen, welches aber unmöglich ist, denn er soll jetzt Philosophieren lernen. Er soll nicht Gedanken, sondern Denken lernen. Man soll ihn nicht tragen, sondern leiten, wenn man will, dass er in Zukunft von sich selbst zu gehen geschickt sein soll. Die Methode, selbst nachzudenken, ist es, die der Lehrling eigentlich sucht, die ihm auch nur allein nützlich sein kann. Kant legt also enormen Wert auf das Selbstdenken, ein typisch aufklärerischer Philosoph. Und er möchte, dass seine Philosophiestudis von Anfang an selbst über die wichtigen Fragen nachdenken. Die zweite Antwort kommt von Hegel. Und er kritisiert Kant, den er hier als einen übermodernen Pädagogen darstellt. Nach der modernen Sucht, besonders der Pädagogik, soll man nicht sowohl in dem Inhalt der Philosophie unterrichtet werden, also Bücher lesen, sondern man soll ohne Inhalt philosophieren lernen. Und das heißt ungefähr so viel, wie man soll reisen, ohne die Städte, Flüsse, Länder, Menschen und so fort kennenzulernen. Doch, sagt Hegel, indem man eine Stadt kennenlernt und dann zu einem Fluss, anderen Stadt und so fort kommt, lernt man ja ohnehin bei dieser Gelegenheit zu reisen. Und man lernt es nicht nur, sondern man reist auch schon wirklich. Genauso, indem man den Inhalt der Philosophie kennenlernt, also Bücher liest, lernt man nicht nur das Philosophieren, sondern philosophiert auch schon wirklich. Hegel rät uns also, uns auf die schwierigen Wege der Philosophie zu begeben und sie nachzudenken. Und dabei sind wir schon in der Philosophie. Wir brauchen nicht künstlich gewissermaßen selbst über Fragen nachzudenken. Die dritte Antwort stammt von Sören Kierkegaard. Er schreibt, dass der steigende Grad der Erkenntnis dem Grade der Selbsterkenntnis entspricht, dass das Selbst, je mehr es erkennt, desto mehr sich selbst erkennt. Geschieht dies nicht, so sagt Kierkegaard, so wird die Erkenntnis, je mehr sie steigt, umso mehr eine Art unmenschlichen Erkennens, an dessen Zustandekommen das Selbst des Menschen verschwendet wird, ungefähr ebenso wie wenn Menschen verschwendet worden sind, um Pyramiden zu bauen. Kierkegaard geht es also darum, in der Philosophie sich selbst zu erforschen und eigentlich nur die Philosophie zu verfolgen, bei der man selbst vorkommt, das heißt, bei der man selbst Erkenntnisfortschritte über sich selbst macht. Die Take-Home-Message lautet, Kant sagt uns, versuche möglichst alle wichtigen Fragen selbst zu durchdenken. Hegel rät uns, lies schwierige Texte, die du nicht sofort verstehst, denn davon profitierst du am meisten. Und Kierkegaard rät uns, suche in der Philosophie unbedingt nach jener Spur, auf der du dich selbst entdecken kannst, denn sonst kommst du nicht wirklich weiter. Wenn ihr mich nun fragt, was ist das Wichtigste, lautet die Antwort, alle drei sind gleichermaßen wichtig und auch mein Ratschlag an meine Studis. Und wenn ihr mich fragt, wo schlägt dein Herz, was findest du persönlich besonders wichtig, dann ist es die dritte Position, Sören Kierkegaards Aufforderung, uns selbst in der Philosophie zu suchen. Und deswegen vertrete ich auch eine Resubjektivierung der Philosophie. Wie können wir Philosophieren lernen? Drei Antworten habe ich euch präsentiert. Ihr denkt unbedingt weiter darüber nach. Bis zur nächsten Frage bei Phil's Philosophy.